Voila! Boah, hier ist hier viel Platz. Mensch! Mit Handyalterung, ne? Sonderausstandung. Damit ich nichts habe, Navigationssystem. Ich fahre ja jetzt nach Italien damit. Aha! Wie weiß ich, wie ich jetzt in der Nähe sind kann? Eigentlich hast du hier eine Anzeige, nur die ist nicht dabei. Du musst halt gucken, dass du vielleicht eine ganz leichte Guckung losmest. Dann weißt du was. Merkst du ja, ob die rollt. Und das Bremsen? Unten ist Bremsen für hinten. Puppe? Funktioniert nicht. Ja, die geht eigentlich. Die hat die ganze Zeit funktioniert. Jetzt wegen der Batterie halt. Genau. Also das ist vordere Bremse. Unten der Fuß ist hintere Bremse. Kupplung, Gangschaltung. Ja. Das hier? Das ist der Rückwärtsgang. Einfach nach hinten ziehen, bis es hinten einrastet. Und dann fährst du nach hinten. Okay, okay. Dann teste ich das jetzt mal wieder. Bin ich jetzt überhaupt im Gang drin? Sind die Gänge vorne, so nach vorne oder nach hinten? Also wenn du neutral bist und du ziehst so hoch, also nach hinten quasi. Dann kriegst du den ersten Gang. Dann beim Motorrad, die ist nach vorne zum zweiten und dritten. Ah, ja, 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 ja. Ich habe nichts verstanden. Oh, ich fahre. Es läuft. Es läuft, Bruder. Vorne kannst du drehen. Ja, okay, 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 okay. Oh mein Gott, Alter. Ist das ungewohnt? Ist das ungewohnt, Junge? Okay, warte, ich bin glaube ich jetzt im ersten Gang. Jetzt hat er gesagt nach vorne. Ah, okay, zweiter Gang. Bin ich im zweiten Gang? Ja, ich bin im zweiten Gang. Ja, ich bin im zweiten Gang. Oh, wo ist die Bremse? Ah, hier. Hier kann ich ja auch bremsen. Wie bei Fahrrad. Okay. Und wie komme ich jetzt wieder in den ersten? Ah, jetzt. Ich glaube, ich habe es... Oh, Digga, ist das ungewohnt. Scheiße. Okay, okay. Es sieht gut aus. Oh, jetzt der Rückwärtsgang. Alter, ich kann mich gar nicht hier auf das Interieur dieses Prachtstücks, Alter, als Auto, Prachtstücks konzentrieren. Ich sehe hier schon Läda-Ausstattung und so. Das machen wir gleich. Erstmal muss ich hier die Skills anerlernen, um hier perfekt fahren zu können. Warte, warte. Bin ich jetzt im... Bruder, ist der Rückwärtsgang aktiviert? Nee, ist er nicht. Warte mal, stopp. Ich muss wieder in den Neutralen zurück. Jetzt bin ich im Rückwärtsgang. Nein, bin ich nicht. Hilfe! Was ist hier los? Muss ich das festhalten, oder was? Ey. Ich habe Probleme mit dem Rückwärtsgang. Oha! Ich habe Angst, da was kaputt zu machen. Weißt du, wie ich meine? Mach mal kurz, leicht loslassen. Ja, ja, ja. Krass, Alter. Krass. Ich hoffe... Wo ist der Sohn? Oh mein Gott, da kommt ein Auto. Okay. Jetzt lösen. Erster Gang. Los geht's. Ja, Mann. Ich hab's drauf. Ja, läuft. Gibt's hier Gurt zum Anschnallen? Nee, gibt's nicht. Oh mein Gott, Alter. Was ist hier los? Alter, ist die wackelig. Ey. Die säuft mir ab. Die säuft mir ab. Scheiße. Jogi, jetzt geht's auf die Straße. Wallah.